Final Four um den DB-Pokal der Frauen. Zwei Tage Eishockey der Spitzenklasse im altehrwürdigen Wellblechpalast. Den Anfang machen der ECDC Memmingen gegen den ERC Ingolstadt. In der Liga waren die Duelle sehr ausgeglichen. Memmingen mit nur zwei Toren mehr. Das versprach von vornherein Spannung. Die Liga-Vorzeichen bestätigten sich gleich zu Beginn. Das Spiel auf Augenhöhe. Die blauen Ingolstädterinnen in Unterzahl mit der ersten Möglichkeit aber gehalten. Auch Memmingen mit einer Chance. Julia Seitz auf Kathleen Smith. Der Schuss aber pariert von Goalie Lisa Gemmel. Doch dann kommt Memmingen besser in die Partie und er spielt sich mehr Chancen. Allerdings scheitern die Donau-Iller-Mädels immer wieder an Lisa Gemmel. Die Torhüterin der Blauen hält die Partie offen. Dann noch etwa sechs Minuten im ersten Drittel zu gehen. Ingolstadt mit Powerplay. Die Betonung liegt auf Power, denn nun rennen die ERC dann förmlich aufs Memminger Tor. Laura Barnes mit dem Fernschuss. Der kommt irgendwie zu Karin Hoffmann. Und drin der Puck. Ingolstadt mit dem 1 zu 0 aus ERC-Sicht. Das ist auch der Stand zur ersten Pause. Im zweiten Durchgang dann zu Beginn der ERC am Drücker. Und klingelingeling, da ist das zweite Tor für die Ingolstädterinnen. Andrea Lanzl mit dem 2 zu 0. Jetzt ist es nicht mehr ganz so ausgeglichen. Aber die Memminger Damen setzen alles dran, das wieder zu ändern. Doch Ingolstadt hat die Mittel, das zu verhindern. Aber wir haben uns einfach im Torabschluss schwergetan und haben diesen ein, zwei Torenzimmer das ganze Spiel hinterhergelaufen. Und haben selbst einen Alleingang eben nicht verwerten können. Mit dem 2 zu 0 für Ingolstadt geht es auch ins letzte Drittel. Und das ist fix erzählt. Es wird hitziger. Und zwei Minuten vor Schluss machen die Schanzerinnen den Finaleinzug klar. Andrea Lanzl buxiert den Puck zum 3 zu 0 Endstand ins leere Tor. Super, es ist ein tolles Gefühl. Mich freut es für die Mannschaft. Haben wir noch nie erreicht. Es ist die beste Aus... Also, wie gesagt, mir fehlen die Worte. Es ist eine super Leistung. Ja, im 1. Drittel hat Memminger gut mitgehalten. Anschließend sind sich durch viele Strafen halt, selber Probleme geschaffen. Und dann irgendwann ist man auch platt, wenn man viel Unterzahl spielt. Meine Mannschaft hat es gut gemacht und verdient 3 zu 0 gewonnen. Bei ihrer Pokalpremiere geht es für den ERC Ingolstadt also gleich ins Finale. Memmingen muss sich mit dem kleinen Finale begnügen. Planeck und die Ice-Ladies machen den zweiten Finalplatz unter sich aus.